Noch dazu kommt dann das Foto, sich das Foto von den Typen und da hat der Sänger, der Sänger, der Sänger geht gar nicht, der Sänger ist so ein Mädchen, der Sänger ist so ein Mädchen, der Sänger ist so ein Mädchen, der hat ja nur bei seiner letzten Frisur hier, hat er schon irgendwie die Strähnen in seinem Gesicht und geschminkt und alles und da war, und dann seine Jucke hat keine Frisur, ja, der sah ja aus wie ein Mädchen, also komplett wie eine Frau und jetzt, mittlerweile braucht man da ein neues Wort für, finde ich, das ist einfach nur noch, Schwuchte, Schwuchte, peinlich, Frau, irgendwas dazwischen, das ist irgendwie, das kann man gar nicht mehr definieren, ich finde es so erbärmig. Und der komische kleine Spinner mit seinen Jetlogs ist so ein richtiger kleiner Vollart, der hat noch das Geilste, das ist das Geilste, das ist das Geilste, noch nie gefickt in seinem Leben. Und wenn er mal gefickt hat, dann hat er vielleicht irgendwie so ein, zwei irgendwie 16-Jährige, maximal, und er erzählt den ganzen Tag von Frauen, von Frauenheld, und die anderen beiden, die sowieso gar nichts zu melden haben, Gregor, Gregor und Günther irgendwie. Nee, also, die weinen, die versämmen sich ja sowieso komplett, irgendwie. Also wenn ich die Flasche gehabt hab, dann hätt ich aber noch mal ordentlich mehr zu gehauen. Ich hätt noch mal, ich hätt noch mal noch gehauen. Abgerummene Voridioten sind das. Also ich fand diese Mädchen-Band ja früher schon scheiße, und mittlerweile ist es einfach nur noch, äh, also, die übertrumpfen sich ja, von Tag zu Tag. Die werden immer abstraktiver, hässlicher, und das Geilste finde ich ja, dass sie vollkommen geschätzt sind, die haben für nichts, für nichts, die können nichts, und haben Millionen geschätzt. Die machen sich richtig die Taschen voll. Irgendwie, hier, der kann, verleisten nichts dafür, die fallen ganzen Taschen, die Spinner mit den hier fetten Autos, mit ihrem fetten Kahn, irgendwie, mit fetten Ferraris, mit zwei fetten roten Ferraris. Und der Spinner mit seinen komischen, wie heißt der nochmal hier? Hier, Tom und sein dämlicher Schwuchtelbruder, die sind so, ah, so, ah, so, ah, so, ah. Oh mein, look, cool, ihr seht jetzt noch cooler aus als vorher, ey, also, ihr seht einfach aus wie ne Scheiß-Schwuchtel. Schwuchtel? Die letzten Schwuchtel, irgendwas, also, das ist halt, dafür brauchst du, ich mein, früher ging es halt noch, jetzt sieht er einfach nur noch richtig scheiße aus. Im Ausland, im Ausland, im Ausland, würde ich sagen, joo, im Ausland, ja, ihr seid so cool, ey, ihr seid so international, ey, halt da die Fresse, das sind so ne Scheiß-Assis, also, also, und wer das hört, das hört für mich kein Spaß. Und das ist für mich nur die Bestätigung, durch Geld verändern sich Menschen, das ist für mich einfach, sobald die ein bisschen Kohle haben, verändern die sich irgendwie, und das ist, also, wie gesagt. Und wie die sich selber verunstalten, wie sehen die ihnen jetzt aus? Das Geile ist ja immer, dass sie sagen, sie haben keine Zalisten, ich finde, sie sollten sich mal einen Zalisten zulehnen, weil so wie die, so wie die, so wie die rumrennen, das ist einfach, das ist einfach komplett nicht, peinlich, peinlich, absolut peinlich. Stell dir vor, die Typen rennen auf der Straße rum, stell dir das mal vor. Bill, den würde ich gerne mal so richtig weg achten, den würde ich gerne mal richtig weg achten, richtig weg achten, richtig weg achten, richtig ins Gesicht rotzen und weg anspucken würde ich den gerne mal. Ey. Für seine hässliche Visage. Ja. Ey, wie kommt der denn rum, ey? Mit Schminke, mit Schminkengesicht als Typ. Voll, komplett, komplett zugeschminkt, Alter. Das ist so lächerlich, ey. Lächerlich.